Am 4. Mai kehrt MMA-Superstar Christian Eckerlin in die legendäre Frankfurter Festhalle zurück. Nach seiner beeindruckenden Leistung von 20.000 Fans in Köln will der König von Frankfurt das nächste Highlight liefern. Sein Gegner hat bereits gegen Christian Jungwitt gewonnen und ist seit sieben Kämpfen ungeschlagen. Kann Miroslav Proz die Festhalle zum Schweigen bringen? Oder werden die Fans einmal mehr Eckerlins Sieg feiern? Oktagon 57 Eckerlin vs. Proz 4. Mai 2024 Festhalle Frankfurt Eckerlin Vielen Dank.